Und auch die Messerschmitt Me 262 und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Die beiden Stieglitze in Formation, angetrieben vom 160 PS starken Siemens Halske SA 14 Sternmotor. Und dazu Musik aus dieser Zeit Hans Albers mit dem Fliegerlied. Schauen Sie mal, wie wendig diese alte Lady. Befeuert von einem Siebenzylinder Sternmotor Siemens Halske SH 14 mit 160 PS. Das gleiche Triebwerk, das auch den Bücker Jungmeister antreibt. Das ist ein Schweben und die Ferne, die Meinungsverbot. Und schneller und immer schneller, nach den Korfellern, die Nächsten an die Welt. Die Noten ist nichts verboten und die Vollgasstieg und die Welt. Drehen wir das Rad der Zeit zurück, sehen wir alles in schwarz-weiß. So wurde in den 30er Jahren Kunst geflogen. Die Noten ist nichts verboten, die sie sich verboten. Ka Share 뭐야 clampiert, wie wir alle in Gott. Das war aber etwas nicht. Die Noten ist scheinbar und die Reihe, das war nicht entspann.